Keine Angst vor Hefeteig. Mit meinen Tipps schaffst du den schönsten aller heiligen Stritzel. Faschingskrapfen oder Pizza, Germknödel oder Baguette, all das macht man aus Hefeteig. Und auch dir wird er in Zukunft gelingen, wenn du meine Tipps beachtest. Der wichtigste Tipp, die Hefe darf nie über 35 Grad erhitzt werden. Und du brauchst viel Zeit. Lass den Teig mehrmals eine halbe bis eine Stunde gehen, damit die Luftblasen im Teig wirklich ihre Wirkung tun können. Und bitte halte dich immer an das Rezept. Das ist beim Gärnteig ganz besonders wichtig.